Hallo Schnuckimausi Ich kann hier so ein bisschen doll unter den Rock gucken Hast du gewollt, dass ich hier unter den Rock gucke? Ich sehe den Sixpack Oh ja, da siehst du auch meine Axt Warte, warte Willst du meinen genagelten Stock sehen? Oh ja, das magt ihr! Auf den Arsch, Mädel! Auf den Arsch! Ja Leute, und damit hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Head Island Warte Was ist tot? Wir können alles looten Oh, jetzt erstmal wollen wir bisschen runde duschen Gemeinschaftsduschen hier so Ich sag dir, das ist bestimmt die Männerdusche Das sind übrigens zwei Weil der eine hat den anderen gehabt gegessen deswegen war ich gerade so ein bisschen verwundert Oh ja, ich dusche mir erstmal Ooooooooooo O soooole miauu Was ist denn nu los? Ich dachte, ich dusche ein wenig Was haben wir jetzt hier weiter? Wenn du da jetzt rumjaulen musst Weiß ich nicht Ausweis Ich nehm euch, ich versuch mal alle... Oh, ich versuch hier so mehr oder weniger alle Ausweise zu nehmen Auf die Schnauze mit meinem Hammer Er lebt nicht mehr Auch nicht mehr Oh, was war denn hier vorne? Hier vorne wollte ich auch noch mal hinschucken Sind die Klos Oh Ich bin wohlgemerkt auf dem Herrenklo Was finde ich hier einen weiblichen Gehr? Aber sonst nischt weiter, ich dachte im Mülleimer Mülleimer habe ich erstmal Klebeband gefunden Auf dem Klo Draht, Lugas, ich habe einmal Draht gefunden Hahaha, so geil Nein Ich überweide ihn jetzt auf, du machst sonst noch so Sachen damit Aufsitem, Lugas, da werden wir uns schon dran erinnern Ich habe jetzt nicht Lust ins Inventar zu gehen Ja, gut Aufsitem will ich mir nachher selber nochmal einen Schlitzer machen Teil schrott wieder nur, Alter, so'n Scheiß Wo habe ich denn? Einmal zwei Schlitzer, das reicht mir Und auch hier die dicke Axt, Alter Oh, hier oben ist noch ein bisschen Party, Pam Da nicht wahr Alter, was sind da, was geht denn hier ab, Alter Durch, da, durch, da Ohne Rücksicht noch Verluste Und da, meine Ausdauer ist weg Weil die Axt natürlich ein bisschen, ähm Oh, Alter Das war gerade richtig geil Ja, richtig geil Leben verloren, Alter Oh, ne Löwen Mal kurz rumgucken, was da hinten so rumgummelt Ja, ich hab noch, ich hab noch so'n komisches Tauchermesser von ihm aufgenommen Wie du, Alter Das sah aber aus bei mir, als wenn du da einfach nur durchgehst, Alter Deine Präsenz hat die Glasscheibe eingeschlagen Ja, sicher Ich kann noch eine Sache wissen Man kann halt nicht den Boden kaputt machen Oh, ja, ne Sicherheitstür, hm, super, die ist offen Oh, 712 in der Kasse drin, Alter, geil Boah, was? Alter, die Axt macht mit jedem Schlag einen Schnitt, Lukas Die Axt ist der Shit Die Axt ist der Shit Hast du dir erst Ach, da ist doch schon wieder jemand, der... Lukas, hast du dir denn mal Energy-Doings gekauft, damit du wieder Leben hast Du kannst dir für... Du kannst dir für... Du kannst dir für... Du kannst dir für... Du kannst dir für 5 Dollar einen Energy-Doing kaufen an diesen Automaten Kopf ab Schade, fast beim ersten Mal geschafft, Alter Na gut, jetzt war ihm schlecht BAM ist offen Elektroschrott Was haben wir hier noch so? Ey, die Musik hat aufgehört Du hast keinen Ich hab so viel Schmerzpillen, Alter So viel kann ja gar nicht essen, Alter Erste Hilfe mit Morphine Morphine In der Mediklinie Nur mal so Nur mal so Nur mal so Ja, Leute, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen komisch Aber ich habe, nur mal so, Lukas Ich habe wie viel Schmerzmittel und wie viel Bandagen dabei Zehnmal Schmerzmittel Haben, Alter Guck ihn dir doch an Alter, ich habe zehnmal Schmerzmittel Und zehn... Und dreizehn Verbände, Alter Das reicht, um eine ganze kranke Station zu befüllen, Alter Und der will Morphium haben Schatzjäger habe ich bekommen Oh, mein Inventar ist übrigens voll Ich habe einen Lachen gefunden, aber dabei steht es doch genau nirgends mehr Mhhhhh Ach, Lukas ist wieder mal witzig Was auch geil ist, jetzt habe ich die Axt auf ihn geschmissen, ne? Äh, guck mal Aber ja, wo habe ich jetzt meine Axt? Da habe ich meine Axt Ah, der ist ein Schläger! Ja! Der hat keine Axt mehr, Alter Ja, meine Axtauer ist alle Toll, der macht Kopfschläger, Alter Ich habe seine Leiche noch so ein bisschen geschändet Schon wieder Klinge gefunden Ja, ich habe mit dem ersten Schlag erstmal den, den einen Arm abgetrennt mit der Axt, Alter Die Axt ist richtig geil Lukas, hier ist noch was in den Mülleimer, aber mit Inventar ist voll Also, das ist irgendwas anderes, was ich noch nicht habe Da ist nix drin, oder? Der ist leer Lol Was macht denn diese Kriterien hier drinnen, Alter? Okay, manchmal möchte die Axt nicht so richtig, also, aber manchmal macht sie Ich habe Morphium gefunden Und da hinten noch Dann haben wir noch Ausrüstung oder sowas, das ist meiner Den Fakt Die sammle ich einfach nur, die könnten, die würden auch automatisch Hast du das Morphium? Nur mal so, warte Nur mal so, äh, lass mal bitte meine Axt hier liegen Wieso macht dieses Ding Nur so wenig Schaden Das macht 29 Schaden, Alter Ja und? Ich meine, das ist so fett, Alter, damit das irgendwas trifft, Alter Das muss doch sofort tot sein Pfff Okay, hier haben wir eine Tier, da brauchen wir Schlüsselkarte für Ich weiß übrigens, wo es weiter geht schon Das ist cool Flexibler Schlauch, flexibler Schlauch habe ich noch gefunden Oh ja, erstmal Spritze Oh ja, so ist geil Oh ja Du brauchst noch mehr Alter Ich weiß, wie du da stehst, Mann Du musst geil da sehen Ich habe gerade mal ein Screenshot gemacht Ich wollte mir nur den Welpen ansehen Ähm Ja Vielleicht wird das so ein Thumbnail, wo wir mal ein anderes machen Einfach nur mit diesem Charakter Hä, kann es sein, dass da nichts mehr kommt? LOL, jetzt war ich jetzt stand ich einfach nur nutzlos rum Und er labert 5000 Mal was über einen Welpen Äh, hier schon so rum Axt-Action, Alter Boah, jetzt werde ich mal die Axt wieder weg Jetzt werde ich die Axt wieder wegpacken Weil die Axt mir so ein bisschen zu schade ist Ich möchte nicht, dass sie so viel Hoho, erster Schlag, Critical Hit Wie über all diese Bürotussen, ne, Alter? Ja, ist auch so, Alter Das sind genau die Leute, die immer sagen Wir verbinden sie gleich zum nächsten besten Mitarbeiter Bitte warten sie Bitte warten Bitte warten Genau das sind diese Leute, Alter So sehen die aus Auch genau so Nicht lebendig Genau so sehen die aus Oh, wir hätten auch hier durchgehen können Na egal Wo geht es weiter? Ach, da vorne Lukas hat hier schon wieder Action am Start hier Ja, ich Bam Sprung tritt ins Gesicht Am 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 Alter, weil er nicht schlägt Zack Schöne Sache Oh mein, das heißt vollkommen Alter, Lukas, ich hab dem Typen mit dem genagelten Stock in den Sack gehauen Und was steht da? Bruch Tja Ach, du hast den anderen weggehauen Ich hab ein Saftpaket gefunden Ach, guck mal hier, das ist aber andere Saftpakete, Lukas Guck mal, das können wir doch auch für Cinemoy mitnehmen, der braucht doch sowas Hats Das ist schon weg Noch 420 in dem Ding Ich kaufe mir erstmal ein Energydrink Und noch einen Ey, hier liegen überall Snacks rum, Alter, was willst du denn bitte? Ey, die Energy kosten 5 Dollar, Alter Ja, na gut, schon, aber Dann hat's eingehören, ne Ich loote immer noch so ein bisschen was, was es so gibt Flo Man, weil ich immer nur so einen Mucht finde wie Zahnräder oder was weiß ich, Alter Ja, Batterien hab ich schon, weil ich verkauft, weil ich so viele hatte Große Batterie, Batterie, ich fass es nicht, Alter Große Batterie Große Batterie und ne kleine Batterie, äh, ne normale Als ob die genau wissen, was wir suchen, Alter Was wir nicht brauchen, äh, was wir nicht brauchen, Alter Weil wir auch noch nichts mit Batterien hast, Alter Ja, die werden wir nachher bei den Elektro-Teilen brauchen Bitte alle Untoten im Korridor Hallo, Schnittchen Tod Gut, da packe ich mal meinen Schlitzer aus Wenn er am Boden liegt, noch so lange drauf treten, bis er sich nicht mehr bewegt Was? Was? Welche Tür hat er denn aufgemacht? Beide? Da steht schon wieder jemand Aber sind beide Türen offen? Nö, nur die eine da vorne ist offen, okay Dann machen wir die Tür wieder zu, die sollen ein bisschen zu tun, um die Türen öffnen Weiße, wir können alles, aber keine Türen öffnen Klee, Alter, ich hab aber auch wirklich diesen einen Draht Ich hab auch diesen einen einzigen Draht gefunden, mehr nicht, ne Oh, 710 zum rüberrehen, aber ich hab 8000 Cash, Alter Ein Feuerzeug Einen schweren Stock, der in nichts taugt Energy Drink Warte! Du wirst nicht weit weg, ohne meine Hilfe, Freund Oh, fuck! Was denn? Ich hab außerdem auf Y gedrückt Alter, das ist jetzt doof Vielleicht ist irgendwas hier Man kann den Scheiße auch nicht abbrechen, Alter Nee, nee, der geht dann einmal durch Ah, scheiße, das war jetzt so dumm Ah, nein Du hattest 8000 Cash? Ja Wie viel hattest du denn vorhin? Ich hab jetzt gerade mal 3000, Alter Das ist komisch Jetzt hab ich nur noch 2000 Weil ich jetzt einmal heilen musste hier alles Wollen wir denn mal mit dem Typen jetzt hier reden, oder was? Ja, ich hab nur noch mal meinen Stock einmal aufgerüstet Was sagt der Timer? Eigentlich Timer, weil muss ich mal kurz gucken, läuft der überhaupt, das weiß ich nicht Hehehehe Ähm, der Timer sagt noch 18 Minuten von 18 Ich hab keine Ahnung, wie lange wir jetzt schon aufnehmen, das ist jetzt auch geil Na gut, dann würde ich sagen, wenn wir jetzt hier erstmal aufkommen, oder nicht? Ja, also ich glaub, es sollten schon wieder an die 20 Minuten sein, also so in dem Fall Ja, und dann, liebe Freunde Ähm, ja Wir sind mal wieder so ein bisschen verpeilt gewesen, oder ich zumindest, aber Naja, ähm, dann werden wir in der nächsten Folge mal mit Mike Davis reden Und bis dahin sag ich tschüss und auf Wiedersehen Bis zur nächsten Folge Jo, tschaui!